hohen folgte hier soll ja bis der karte mein name ist rafael und willkommen zu einer weiteren aktive folge so langsam werden wir uns der 200 folge und da bin ich überlegen ob ich einen special mache oder nicht oder ob das überhaupt meine letzte folge sein wird die 200 aktive folge aber das muss ich mir erst mal überlegen wie ich das dann so mache ob ich dann special mache da habe ich schon schon mal gesagt das habe ich schon mal gesagt stimmt und ich glaube das ist jetzt die folge 184 und hat sich wahrscheinlich wird ein special kommen bei der folge 200 ja wahrscheinlich wenn wir uns treffen und werden wir dann ganz aktiv durch waschen genau also ihr habt ja unten momentan geschrieben ich soll meine andere sp nehmen anstatt immer gezellten weniger vulti oder sehr und diesmal habe ich jetzt mal den wetten genommen gibt zwei leute wollten den wetter dachte ich mir ja ich nehme jetzt mal den wetter bei sind wieder dann so in nacht wie abgeht wie ich jetzt hier kann es sehr belagern wir jetzt dann wahrscheinlich ich muss mal gucken bis 4 ich hätte doch jetzt mein ding mitnehmen sollen ane kommen die kenne ich doch ich habe meine wirklich überhaupt nicht gespielt ist da musste ich jetzt ich ich zeige jetzt wie mein wirkliches geld für aktivierung der versuche zucker so ungefähr wisst ihr ok ok die sind alle kein aktier wir kaufen es uns punkte in die punkte in den initialisierung stränke 950 kam meine güte oder was bis doch die ganzen wo die 90 geburt verschenkt hat also ich mache die videos so leute ich bin jetzt wieder da sagen wie immer mein ganz ganz kleiner bruder der zweieinhalb jahre alt ist und gerade mein zimmer reingekommen ist dann welche sp hast noch alle außer dg muss ich mir jetzt zuletzt stehen geblieben genau die der wet sp denn wenn wir jetzt mal ein bisschen umskillen ich bin gerade falsch umskillen genau bisschen jetzt ups müssen wir hier löschen ich muss erst mal gucken was ist das ich habe drei stars ich habe mit holly blüchten und wird bis 13 autos gut wir haben hier angriff element und hp also haben wir 13 angriff haben wir jetzt 11 und ich bin überlegen was würde am meisten bringen ich glaube in der würde eigentlich für diese sp am meisten bringen damit die meisten dingen aber ich würde auch für editiert würde ich sage ich jetzt nicht so gern nutzen ich würde aber ein bisschen mehr hp haben wie viel habe ich jetzt habe pekes kill 13 da mache ich jetzt mal 50 auf hp 13 da muss ich 37 auf hp skillen jetzt 37 mal hier element haben wir jetzt sechs oder genau sechs elementen machen jetzt auch mal 50 also 44 müssen dann auf elements gehen wie viel und damit auch wir noch genug punkte 44 und damals ist einfach mal auf andere mal gucken was wir dann so für werte heraus bekommen und muss immer gucken auf die stars die ist und das zittert zusammen für die sp beiden eigentlich 46 wir haben angriff 11 das wäre ich besten wenn 39 machen 37 kriegen wir jetzt die man 40 raus 46 raus 46 wir hatten hier jetzt eigentlich 50 50 eigentlich für alles so 39 44 dann kriegen wir auch für 4 und die gehen jetzt schon mal runter ich glaube wir machen das ist das auch noch auf angriff 44 auch und yo 50 angriff auf sich hin und 52 vp da habe ich jetzt ein bisschen mich jetzt gerade ein bisschen verschätzt scheiße naja ist jetzt auch nicht so schlimm also sich ein bisschen zu verschätzen wir haben jetzt aber einen hohen angriffswert sich gerade 1000 irgendetwas bis 1000 drin hat das ist gerade ein bisschen blöd da ich werde wir jetzt sowas von verrecken ganz ehrlich mal so verdammter schurke was 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 willst du jetzt ich würde mich jetzt gehen ich liebe ich liebe eigentlich wieder wird immer so tanzt eigentlich ziemlich geil und ich werde der schurke der kommt gleich die beiden jetzt und dann noch das dazu ich bin satt sorry ja meine die fern hier gerade ist voll inaktiv könnte jetzt gerade lesen was da jetzt schreiben also ja also ich für die sp unterschied ich weiß ja ungefähr wie man es gehen soll hier ist er so all want eigentlich so angriff hp oder so kann man eigentlich dann jetzt eigentlich für alles nutzen jetzt in wet war mir gerade jetzt echt nicht sicher wie ich ihn spielen soll ich eher auf angriff 80 angriff 70 bis 80 angriff 50 in der reicht vollkommen aus für vulkanu hat schnelles kills recht vollkommen aus was er ist habe ich also ich dachte das heißt nicht gesagt wie damit machen wir ja geht schon geht schon aber im kraten gar keine kürz gemacht bisschen blöd und da geht es dort hier ist einer ich ach so er hat sie gehört okay da ist noch einer da kommen jetzt sehr viele skyper nein zuerst mal ein bisschen schauen wo hier welche sind ich werde irgendwie f oder dabei eine geile stati nicht so schlecht ich habe eigentlich auch eine gute 107 was 187 zu 40 ist auch nicht so schlecht ich bin gerade gepackt ich bin gespannt ob ich aufs fern gegangen ist nein weil diese fern ist eigentlich viel los aber mir macht das hat nicht daraus weil ich immer bis 14 15 arbeit zwischen 14 und 15 bis 16 nur arbeite ich so bin aktiv okay ich muss auch weiter questen stimmt ich muss auch weiter questen ich bin es bei diesen scheiße ringen irgendwie habe ich keine motivation mehr weiter zu machen weil ich dieses zweiten test gar nicht mehr geschafft habe was geht sogar das halte ich jetzt mal um wenn du es zu lesen tote hose das ist richtig geil feuer lanze es wird aber jetzt am sonntag oder samstag ein zweiter teil von der erklärung kommen genau ich wollte eigentlich ich wollte es eigentlich mit peter machen aber irgendwie da sein laptop jetzt kaputt ist kann er nicht mitmachen und da muss ich mir jetzt einen neuen partner raussuchen also ich habe jetzt einen neuen gefunden der mit mir dann das video jetzt machen wird weil das ist ja für ich habe zwar ich und peter das zusammen geschrieben aber leider kann er nicht reden finde ich eigentlich sehr schade goldene zauberwaffe wissen dass du diese scheuße nach komm ich jetzt runter und mich nicht angreifen hatte furze jetzt geht er da hoch ich glaube da macht seine fdf nicht so geil und ich mag gerade mit nur wert ist es kann ist man kann ja nicht sehen was für eine waffe ich habe welches plus und so wie bekommen wenn die engel sind interessant da ist aber jetzt einer gesehen gut er springt jetzt darüber und deshalb rüber okay das kann durchgegangen keine schöne folge oder tote hose hier es ist halt so genau feuerreste 15 15 prozent wie farbe ich wasserreste 70 80 prozent 80 dann plus noch die 18 8 80 98 98 98 prozent wasserreste habe ich ja passt schon eigentlich also ist es nicht so schlecht wenn ich noch wasser singen habe dann läuft dann läuft es richtig ich werde es ja auch nicht schreiben dass ich jetzt hier wird eine wettbewerb mache ist ja unnötig eigentlich richtig unnötig der erste kill der erste kill mit meinen wet match ich bin zufrieden ich bin glücklich ja eigentlich nicht so ganz glücklich aber es klappt schon genau ich hatte noch nicht ich habe noch eine frage an euch erstmal schreibt mir unten in den kommentaren dann also wenn ihr das video dann nicht angeguckt habt und den kommentaren schreibt ihr welches bin ich beim nächsten mal nehmen soll ich lese mir immer alle kommentare durch und dann schreibt unten in den kommentaren wollt ihr ein video haben wo ich euch zeige ja mein zimmer zeige also wo ich meine videos mache zum beispiel mein laptop zeige ich euch vielleicht was für programme ich immer nutze für die ganzen videos und was ich da immer so mache was für konsolen ich habe was für spiele ich so habe was für weitere konsolen ich habe wollt ihr das alles sehen weil dann würde ich so ein video dann vorbereiten und schreibt mir einfach das unten in den kommentaren ich weiß das war gerade jetzt nicht so eine folge folge aber ja leute das war es auch mit dieser folge ich hoffe euch hat die folge auch gefallen und ja viel spaß und lasst euch die kaputt und bis zum nächsten mal